Nichts als begeisterte Kunden hier wie dort hinterlässt die Kfz-Fachwerkstätte Lehmann in Seefeld bei Berlin. Sensationelle Kundenzufriedenheit und besonders starke Werkstättenbindung sind das Erfolgsgeheimnis des Kfz-Meisters Thomas Lehmann, der sich in seiner Werkstätte alle Modelle sämtlicher Marken vornimmt. Jede nur erdenkliche Servicearbeit rund ums Auto wird gewissenhaft und mit der Erfahrung vieler Jahre durchgeführt. Bei anfallenden Lackierarbeiten arbeitet die Kfz-Werkstätte mit einem Lackierfachbetrieb zusammen, der mit modernstem technischen Gerät das Äußere ihres Mobils wieder auf Vordermann bringt. Und sollte Ihr Mobil einmal in der Einöde mucken, ist Herr Lehmann mit seinem Abschleppdienst sofort zur Stelle. Ratschläge zur Reparaturvermeidung gibt's von ihm persönlich. Genießen Sie die Herzlichkeit in der vielleicht letzten Werkstatt Deutschlands, in der Sie keine Nummer, sondern ein individueller Kunde sind.